Hallo, ich heiße Aileen Yaren, bin 27 Jahre alt, ich mach Fußballfreestyle. Heute sind wir beim FC Basel und die Jungs sind noch am trainieren, aber gleich geht die Post ab. Hallo Leute, wir werden heute ein Freestyle-Challenge machen. Ich zeige euch einen Trick, ich werde jemanden holen und ihr versucht es zu machen. Okay, versucht es zu machen. Das war Spaß, ich denke viele Leute lernen neue Tricks und vielleicht nicht. Wangen! Jetzt. Das ist für meine Blöds und meine Vicerre. Let's get it right, dawg. I'm going in the same road. I don't think I paid for. I bounty hunter firefly. Yeah, I rap mine. Left side, west side. Home on the drive-out. Yes, I know why. My team is no guy. With gangsters, riders and waist suppliers. Stop dropping, roll like I'm on fire. No feds watching, but I ain't stopping. Gym in the hood, getting it popping. Pitching it all. Yeah. Nice to meet you. Okay. Woah! Woah! Hahaha! Dankeschön! 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 Viel Erfolg noch!